Emma, Ray, ihr seid gute Menschen. Aber das reicht nicht, um in dieser Welt zu bestehen. Ich hatte damals einfach keine andere Wahl. Nur weil ich die Auslieferung wählte, ist euch die Flucht geglückt. Mein Entschluss steht fest. Ich will jedes einzelne Kind retten. Und um das zu erreichen, ist es mir gleich, ob ich Gott oder Teufel spielen muss. Emma.